Als die Sowjetunion kollapsiert, hat die USA um die neue Russland mit einem Beld von hostilen Nationen geschehen. The color revolutions is a strategy to overthrow these regimes, install puppets, and that are there from that point forward are very susceptible to influence Kyrgyzstan, Georgia, and Ukraine. These countries were targeted by the George H.W. Bush, or George W. Bush, the senior vice president of Ronald Reagan, and bribed with hundreds of millions of dollars. And these monies were given to countries in exchange for their acquiescence and their submission to American military and economic and political objectives. A ring of NATO military bases is being formed around Russia. The U.S. and NATO have over 600 military bases worldwide. Russia has just 18. But the West still claims that Russia has aggressive intent. By turning the Russians, the Soviets, into this dangerous boogeyman that wants to take over the world, That was a conscious strategy, to create this image of the Soviets as out for world conquest, which was not the case then or now. NATO should have died, but they wanted to give it meaning. It is about interest created by NATO, NATO's business machine. Because you must remember, if NATO were disbanded, shareholders in the United States and elsewhere, in large arms companies, would lose millions and millions. They'd only have one yacht instead of two yachts each. Dear, oh dear. Wouldn't that be terrible? There's a simple method to put it right with the rest of the world. We'll say we were forced to seize the territory, bring order, and maintain security. Bring order, security, and democracy. The reasons used to justify modern wars waged by NATO and led by the U.S. UNDESIRABLE COUNTRIES AND UNDESIRABLE LEADERS BECOME THE FACE OF THE ENEMY. UNDESIRABLE COUNTRIES AND UNDESSON'S HEALTHRO-CRAINE. UNDESIRABLE COUNTRIES AND UNDESIRABLE COUNTRIES AND UNDESIRABLE COUNTRIES STOCKRIES. UNDESIRABLE COUNTRIES COMEN HERE TO CANCELLINE gegen russland aufgrund der angeblichen annexion der krim und des engagements in donbass die politik im im bereich nawalny oder skripal novichok und all diese dinge sind nur dafür da um ein feindbild aufzubauen und aufrecht zu erhalten um nichts anderes geht das alles bestandteil von meiner ansicht nach sogar kriegsvorbereitung dass im falle einer konfrontation der westen genau weiß wer sein feind ist in der westen welt Die Situation in der Ukraine findet de facto in der Berichterstattung ja überhaupt nicht statt im Moment. Die Situation ist so, dass es eine deutliche Faschisierung gibt in der Ukraine. Sie bewegt sich in eine Richtung, die Europa eigentlich nicht wahrnehmen möchte. In der Europa aber auch klar mitschuld ist, auch die USA mitschuld sind, weil sie das Land in diesen Zustand letztendlich mit hineinmanövriert haben. An investigation against Mark was launched after the film was released. What the journalist had reported was not in line with the West's official stance. Es gab Ermittlungsverfahren auch gegen mich. Der deutsche Inlandsgeheimdienst hat sich dann mit mir beschäftigt. Das ist der Verfassungsschutz. Ich hatte also nicht mehr die Möglichkeit, wie ich es vorher getan habe, hier für Zeitungen oder auch Sender zu arbeiten. Ich wurde also dann als russischer Propagandist, der dann auf der Payroll, also auf der Gehaltsliste des Kremls stand, hier dargestellt. Insofern hat dieser Film schon mein Leben ziemlich stark verändert. Aber ich bereue ihn immer noch nicht. Mark used his film to tell ordinary people the truth as he saw it. It wasn't for the authorities. You can't bring truth to those who don't want it. Ukraine! 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 haben eine Konzept der American-Exceptionalismus, das ich denke, bedeutet, einen höheren Moral-Ideal, auf dem Demokratie und Frieden und Human Rights. Und das ist einfach nicht wahr. So die Exceptionalismus, in einem regard, ist es ein License zu tun, zu tun etwas, ohne Angst zu tun, von repercussions. Es ist auch ein Indikator der Welt dass die Exceptionalismus, die Amerika benutzt, in ihrer internationalen Planung, ist einer der größten Gefahr zu den Populationen von verschiedenen Nationen. Methods der Krieg sind immer wieder insofern sophisticated. Neue Taktik haben erreicht, um die Kolonialen Konkwesten der Vergangenheit. Die EU, als Europäische Union, ist gar nicht so friedlich, wie man immer denkt, sondern es ist ein konstrukt, der größte Gesellschaft, das auf wirtschaftlicher, fiskalischer Kontrolle und damit auch politischer Kontrolle aufgebaut ist. Die Europäische Europäische Union ist surrealistisch. Wenn Sie jetzt schauen, wie viele Greeks haben die Lande verlassen, ist es ein Embarrasser. Wie viele junge Leute haben die Lande verlassen, ist es ein Embarrasser. Resources sind die Deplettung, aber noch ein weiterer attempt zu dividieren, hat sich die Welt zu verändern. Der Kapitalismus muss Märkte kontrollieren, muss Ressourcen kontrollieren. Das ist ein größer Teil der modernen Agenda. Sovjet-Russia ist ein Pie, das muss smartly dividiert und eaten werden. Adolf Hitler. Russia ist noch eine große Pie, und es ist in der Vor-Front der westlichen Gedanken. Der Kapitalismus muss Märkte kontrollieren, muss Ressourcen kontrollieren. Wenn er das nicht kann, um dann Zugriff auf unabhängige, souveräne Regionen, Staaten zu bekommen, muss man zu härteren Mitteln greifen, die bis hin zum Krieg gehen. Wir haben jetzt eine Situation, wo die USA gegeben hat, die Ukraine hat eine Militär-Garantie gegen Russische Intervention, in der Moment, Ukraine renews die Invasion von Donbass. Also ich glaube kein Volk auf dieser Welt will Krieg. Die Gefahr geht halt immer davon aus, wenn Politik und Medien beginnen, extreme Propaganda zu betreiben. Die Gefahr geht es sich zu Menschen, undes Gem Turbo kann. Die Gefahr geht es sich selbst in den Armisen. Das ist ein einziges Handelschäuen. Angelektieren solche Schäden zu lassen. Das ist die Realität, was wir befassen, das ist Faschismus. History repeats itself. Just like in 1941, when Hitler und seine Europäische Anführungen massen ihre Armee auf der Sowjetunion. The NATO alliance led by the United States is gathering near Russia's border. History teaches us that man learns nothing from history. Hegel. 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 Hegel.